Endlich, endlich 5 Abonnenten und, und, wenn ihr, und, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann folgt mir auf Instagram, Link ist in der Beschreibung. Bisschen Erdkunde. Vielleicht schreibt Freitag nach. Also, ähm, Ausgabe 1. Oh, Baby. Oh, Baby. Uiururu. Wow. Guck mal, wo ich bin. Kennt mal. Ja, auf der arme Manfred. Alter, in hart. Alter, in hart. Hallo, Manfred, bist du da? Hallo. Doch, kein Wiener Manns. Ja, Alter. Ah, 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 ah. So, eine Mörder. Riecht nach Fisch! Ey, ihr seid scheiß Team, jetzt wisst ihr das! Du, der ist ja mit der Waffe! Ich hab guckst ihm ja zu! Verdientest du deine Waffe, Alter! Gib ihm keine! Gib ihm keine! Dämmh! Das ist ein Zeichmann! Oh, nein, er hat mich gekippt! Was sagt er? Ja! Geh mal, geh mal! Die! Wir sind zu 100! Warte noch! Wir tun noch ganz kurz! Over! Ey Junge, hilf dich doch mal! Wir sollten uns alle berufen! Ich hol zwei Pilze, was sollst du machen? Yeah, yeah! Schick den Floor! Schick den Schick den Floor! Floor! Ihr seid so scheiße! E-Mails nicht mehr raus! Apple Bottom Jeans! Boots! 50 pf! 50 pf! Deine Morde riecht nach pf! Pf! Oma redet! Oma redet! Was hast du gesagt? Ey Bruder, Bruder kennst du mich mit Hoffen? Hallo? Nein! Yeah! Yeah! Hallo Bia! Ey! I bought yesterday a new head and I will test it! Hallo, hallo! Can you hear me? Hallo, hallo! Is my head good? Oh man! Zaltig! Oh man! Zaltig! Oh man! That's dope! That's, yes! That's really dope man! Ah! England oder was? That's really dope! Woah! There's someone! There's someone! Oh my god, there's someone! There's someone! Oh! That's you! There comes someone! Shit! Oh my god! Oh my god! I'm dead! I'm dead! I'm dead! I'm dead man! I'm dead! Oh my heart slow! Oh my heart drive! Ah! Oh my god! You're dead me! Was? Jetzt kommt auch mal einer. Nee, das ist der Richard. Ich hoffe, wenn du den nicht holst, ströcke ich dir so eine. Jo Leute, das war jetzt mal ein etwas anderes Video. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr noch mehr von solchen Eskalationsvideos sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert diesen YouTube-Kanal und danke, anke. Schreibt es einfach in die Kommentare, ob euch dieses Format gefällt. Es war sehr aufwendig. Ja, Hamucha. Achso, Leute, bevor ich es vergesse, ich war jetzt nur noch auf YouTube unterwegs und habe so ein krasses Fortnite-Edit gesehen. So ein krasses Fortnite-Edit. Kurzer Einspann. Auf jeden Fall hat mir dieser Typ ein bisschen leid getan, weil der hat auf seinem Kanal fünf Abonnenten. Wirklich fünf Abonnenten. Und ich meine, was ist das? Das editet ist wirklich, wirklich richtig krass. Und wenn ihr Ehrenbrüder seid, dann geht ihr auf seinen Kanal, spammt die Kommentare voll mit Tonfenner, Tonfenner, Tonfenner. Lasst ein Like da und abonniert den Typen. Wirklich. Link ist in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Danke, Mann. Ehrenbrüder.